Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Turok 1 Dinosaur Hunter. Ja, ähm, es geht nun endlich weiter. Für mich und für euch wahrscheinlich auch am nächsten Tag oder so, ich hab keine Ahnung. Ich möchte mich einmal dafür entschuldigen, dass ich letztes Mal den C64 ansprach und ich eigentlich den N64 meinte. Aber das passiert bei so einer Schnelligkeit von Spiel, dass man da auch mal ein bisschen durcheinander kommt. Ha! Da geht's ja schon mal... geht's ja schon mal gut los. So, wir schießen jetzt erstmal das Reakits da ab. Wir haben schon mal wieder 84 Leben. Ach. Ich bin das eigentlich gewohnt von anderen Shootern, dass man mal nachladen muss. Aber bei diesem Spiel hier... Uah! Alter, erschreckt mich nicht so. Oh, ähm, bei diesem Spiel ist es ja so, dass man gar nicht nachladen braucht. Was? Okay, wir haben da hinten den Raptor getroffen. Wo kam der denn jetzt her hier? Oh, der hat nicht mehr viele Schuss gebraucht. Das finde ich ja schon mal sehr schön. Ha! Okay. Gute Nacht! Mensch, ist der schön geflogen. Wow! Wow! Der ist auch tot. Sehr schön. Ich glaube, hier kriegen wir fünf Pfeile, oder? Ja, fünf Tech-Pfeile. Was ist das hier? Soll das hier wie so ein Grab darstellen? Ich glaube, ja. Na gut, sammeln wir erstmal... Oh Gott, ich hätte ja mal die Pistole mehr benutzen können. Das Magazin ist jedenfalls voll. So, den haben wir jetzt besiegt. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Wir müssen jetzt hier irgendwie... Hoch. Hoch. Gibt es hier wieder ein Gewehr? Das Gewehr ist allerdings noch... Hinter mir auch noch. Was? Was? Oh, oh. Oh, oh. Hilfe! Oh, da wurde wieder geschossen. Mann, 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 was ist denn jetzt hier los? Hilfe, Hilfe! Habe ich habe einen gerade mal besiegt. Hey, stirb doch mal! Alter, Alter! Weißt du, du machst das Spiel gerade an. Du musst ja eigentlich mal wieder ein bisschen reinkommen erst. Und dann müsst ihr eigentlich schon halbtot elf leben. So, den treffe ich zum Glück. Na! Sag mal, wie viel Schuss hält der aus? Jetzt ist er tot. So, den jetzt auch noch mal. Okay. Oh, pfff. Ich weiß gar nicht. War ich schon bei allen Portalen drin? Ha! Toll! Er geht das in dem Moment zu. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, also mal gucken, was es hier oben gibt. Einer, der mit einer Granate schmeißt. Noch einer, der... Hä? Einer, der eine Granate gegen den Baum wirft und die verschwindet. Das ist ja super. Ähm. Ich glaube... Wow! Shit! Ich bin tot. Das erste Mal, dass wir die Sterbe-Animation sehen. Verdammt! So, und jetzt werden wir wiederbelebt. Turok! Yeah! Wir sind Turok! Sehr schön. Okay. Das hat ja leider nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt haben wir halt mal ein Leben verloren. Na und? Passiert doch mal. Ich hoffe nur... Ich hab die Schrotflinte nicht... Hä? Nee, oder? Das ist ein Witz. Wenn wir einmal sterben, verlieren wir den Rucksack? Ernsthaft? Ey, das ist ja bescheuert. Das ist ja richtig bescheuert. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist mehr als nur ein bisschen ärgerlich. Wir gehen mal hier rein. Na los! Na! Toll! Das war so klar, dass mich das Viecher wischen muss. Na? Hier sind einfach nur... Insekten bis jetzt. Hoffentlich bleibt das auch so. Tropf, Tropf. Ja! Boah! Ähm, das sind zu viele. Für meinen Geschmack. Okay. Wir haben jetzt immer nur... Jeweils einen besiegt. Boah! Wir haben fünf Leben insgesamt hier im Moment verloren. Das geht noch. Da ist ja noch einer. Alter! Springen wir doch nicht ins Gesicht! So. Da ist aber Leben. Boah! Tschüss. Ich muss da irgendwie hochkommen. Wie komme ich da hoch? Achso, indem ich hier im Kreis laufe. Ist das ein Geheimbereich sogar? Das freut mich. Was ist das da? Ach, das ist das Maschinengewehr. Jetzt werden wir es ja gleich sehen. Ob ich die Munition aufsammeln kann. Nö. 100 Schuss. Alter, das ist so wenig. Egal, wir haben jetzt jedenfalls 108 Leben. Das lässt sich ja schon mal ein bisschen sehen. Dann haben wir diesen Bereich hier auch entdeckt. Jetzt ist nur die Frage. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Das heißt also, wir müssen jetzt wieder da hoch, wo ich vorhin gestorben bin. Dann wollen wir mal. Habe ich gerade zwei besiegt? Was? 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 Los! Boah, wie die Granate auf mich zuflog. Ich glaube, ich bin heute etwas schlechter als da. Als, ähm... Das letzte Mal! Boah! Das hat ja schon mal gut funktioniert. Zumindest die Insekten kann man immer noch mit einem Schlag vernichten. Hier gibt es wieder nichts. Was? Raptor, 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 Raptor! Boah! Das geht doch. Hier gibt es aber auch nichts. Noch ein Raptor. Ach! Und... mit einem Lasergewehr. Was? Boah, ey. Der schießt aber ganz schön scharf. Na los! Was? Was ist das für ein Gegner? Boah! Der hat ja ultimative Kräfte. Der stirbt einfach nicht. So. Na! Gehst du wohl? Beiß... Das ist nicht dein Ernst. Spiel. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Sieht nicht so aus. Wir klettern da jetzt mal die Wand hoch. Ich hoffe, dass es da irgendwas gibt. Boah, es geht aber gewaltig nach oben. Ähm, aber richtig gewaltig. Was? Was schießt denn jetzt hier auf mich? Weißt du, wie fies das ist? Da gibt es überhaupt keine Wörter dafür. So. Los! Geht doch. Na. Wer sagt es denn? Das ist hier echt... Boah! Ja, kommt doch noch mehr auf mich zugelaufen. Da ist ja ein Schalter in der Mitte, oder? Boah! Nein! Boah, wie viel hält der denn aus? Natürlich! Nur noch zwei Schuss. Bist du denn bekloppt? Ähm. Und dann spawnt er gleich wieder ein neuer. Natürlich! Spawnt er noch ein paar dahin. Boah! Was? Mann, oh Mann! Ja, ja, ja! Jetzt spawnt er wieder einen... Ja, der Raptor kommt natürlich gleich auf mich zugerannt! Natürlich! Was für eine Kacke ist das? Ja! Los! Kratz! Ab! Blödes Vieh! Ich hoffe, das war's jetzt. Boah! Na, endlich wieder Person... Ja, 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 ja! Nö, nö! Hä? Wo muss ich jetzt lang? Darunter! Hinter mir schießt es natürlich. Tschüss! Boah! Da muss ich drauf? Oder wie sieht das jetzt aus? Sieht ganz danach aus. Yippie! So, und jetzt? Darüber! Da gibt's ein volles Leben. Was ist denn das da? Das muss ich auch immer... Was auch immer das ist. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal... Yippie! Volles Leben. Wir bekommen auch fast wieder ein neues Leben. Was ist das da? Kronozepter-Teil? Was? Das war das Kronozepter-Teil? Ist ja unglaublich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so aussieht. Ich will speichern irgendwie. Natürlich, jetzt tanzen die da unten wieder. Die Reise für Jerusalem. Die spielen das auf jeden Fall. Warum trifft das nicht? Natürlich. Alle Schuss verbraten. Oh! Da ist jetzt noch einer mit einer Granate. Da rein! Ach, hier war ich schon. Mist. Boah, ey. Na los! Geht doch. 68 Lebenspunkte. Was ist denn da oben? Achso, das war... Das war irgendwie gerade ein Grafikfehler, glaube ich. Den ich da gesehen habe. Wie komme ich da jetzt hoch? Da muss es doch auch einen Weg nach oben geben, oder? Hm. Da ist ja auch nochmal so ein Vorsprung. Da muss ich doch auch irgendwie drauf kommen. Naja, wir gehen erstmal weiter. Was ist das da hinten? Das ist doch ein Fetter, oder? Ah, das ist wieder der Fette, der schießen kann. Na gut. Dann weichen wir den mal ein bisschen aus. Fünf Schuss. Der braucht wirklich fünf... ...Schuss... ...um zu sterben. Das ist echt schon hart. Wir brauchen eine bessere Waffe irgendwoher. Ich weiß aber auch leider nicht... Ach! Na, 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 na. Ich weiß aber auch leider nicht mehr, wo ich die herkriege. Ist hier irgendwas drin? Oh! Oh! Den haben wir jetzt auch weg. Oh, hier kann ich ein bisschen mehr tauchen. Lebenspunkte. Warum auch immer das so tief ist. So, raus hier. Ah! Wieder ins Wasser gefallen. Okay. Oh! Hier gibt es erst recht Munition. Weg! Ich laufe mal ganz schnell weg. Weg! Der verfolgt mich auch nicht. Sehr gut. Was? Wie kann der denn ausweichen? Der braucht zwei Schuss. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Da läuft auch irgendwer. Naja. Da gibt es einen Schlüssel. Oh! Was? Hä? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Weiß ich. Oh! Natürlich! Wie scheiße ist das denn? Wo kommt ihr denn jetzt Splitter her? Weißt du, wie kacke das ist? Weil, dass du durch ein Portal geschickt wirst, wo du noch nicht mal reingegangen bist? Ey, das ist doch wohl nicht wahr. Ich bin gleich tot. Schnell ins Wasser retten. Äh! Also, so eine beschüsste Stelle hatte ich ja wirklich noch nie. Na los! Ich habe nicht unendlich Munition. Ich dachte jetzt schon. Oh! Yo! Von diesen ganzen Patronen ist nur noch eine einzige übrig geblieben. Ernsthaft? Oh, wieso habe ich den jetzt gekackt, Burgen? Yo! Er schlägt in die Luft und ich bin tot. Was ist das denn für ein Mist? Oh! Also, heute läuft es. Wie man sieht. Jetzt leben bestimmt wieder alle. Pass mal auf. Pass mal auf. Und ich habe keine Munition mehr. Ja, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich kenne das Spiel langsam. Boah! Da wollte ich nicht rein. Wie viel gibst du noch von diesen Viechern? Das ist doch wohl nicht wahr! Boah, ey! Boah! Jetzt kratzt endlich ab. Jetzt kommt da wieder... Ich habe keinen... Was? Mann, mit dem Messer muss man nur treffen. Da unten gibt es irgendwas. Nein! Alter, dieses Portal. Okay, da muss ich irgendwie hin. Jetzt muss ich allerdings warten, bis das Portal weg ist. Geh weg! Geh weg! Geh doch! Weil da unten ist nämlich... Ein geheimer Weg. Boah! Ich hoffe... Hier gibt es Munition. Oh nein! Diese Geräusche sind schon herzallerliebst. Aber solange es nur Käfer sind, geht es ja noch. Jetzt... Du! Nein, 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 nein! Käfer, Käfer, Käfer! So, der ist weg. Käfer? Hallo, Käfer! Boah! Noch ein Käfer! Hä? Wo ist der? Mann, Mann, Mann! Hier muss man echt im Tanzen... Im Tanzen... Im Kreis tanzen. Hm? Hä? Ernsthaft? Das kann nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt da rüber springen muss. Geronimo! Geronimo! Boah! Da ist er! Mann, Mann, Mann! Wir haben, glaube ich, den zweiten Schlüssel gefunden, ne? Oh ja. Oh ja. Ich bin jetzt schon fix und fertig. Also, wir müssen jetzt noch... Äh... Äh... Na gut. Wir müssen jetzt erstmal da rüber springen. Huuu! Und es gab kein bisschen Munition! Ich hab nur noch den Bogen? Oh Gott. Naja, gut. Hier gab's ein bisschen was. Schön tot! Dass die dann immer treffen, ne? Beim zweiten Mal, wenn sie... Ich hör's doch schon wieder. Oder? Ich hör's doch hier bollern. Der... Die sind schon wieder da. Natürlich sind die wieder da. Egal. Das soll mir jetzt kack... Kack egal sein. Hä? Wo schießt denn das hier? Hä? Alter! Wie... Äh? Wie... Wie soll man den denn besiegen? Ich hab da gerade meine ganzen Magazine drauf... Nein! Jetzt starten wir ernsthaft? Ne! Ich lauf jetzt hier sowas von durch. Da kannst du aber für wetten. Oh Gott. Ich verliere meine ganzen Leben. Lauf! Wir geben mal richtig Gas. Turok läuft ja eigentlich ziemlich schnell. Eigentlich. So. Der schießt da immer noch wie so ein Irrer. Mal ganz im Ernst. Wie soll man das denn hinkriegen, ohne dass er einen trifft? Willst du mich veräppeln? Den kann man doch nicht... Ich hab schon wieder nur noch 24 Leben. Hä? Also... Ich glaube, Hardcore ist wirklich etwas zu Hardcore. Vor allem bei manchen Gegnern, die richtig überpowered sind. Da oben müssen wir hin, glaub ich. Hier, guck mal, wie viel der aushält! Jetzt hab ich keine Munition mehr dafür. Wow! Jetzt hab ich ein Problem. Okay. Da ist gerade wer platt gemanscht worden. Der ist auch weg. Was beamt sich da hin? Bestimmt der Raptor! Natürlich! Was auch sonst! Boah! Jetzt schießen die sogar schon von da oben! Kann mir mal jemand erklären, was das hier soll? Das ist ja wie ein Zirkus hier. Thanks da! Alles Gute! Das ist ja auch immer! Oder wir sind selbst bei muster! Ich liebe mich... Ich liebe mich dir ja!